Die Firma Sonnentor ist Österreichs Marktführer bei der Herstellung und dem Vertrieb von Naturprodukten aus biologischem Anbau. Dazu gehören vor allem Tees, Kräuter und Gewürze. Die soziale Verantwortung wird aber auch den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber großgeschrieben. Für Sonnentor ist altersgerechtes Arbeiten besonders wichtig, weil wir selbst jeden Tag älter werden. Ich werde älter, Sie werden älter und wir haben alle miteinander eine Vision im Alter gesund zu bleiben und gebraucht zu werden. Gebraucht zu werden war für uns immer wichtig, weil jedes Unternehmen von jung bis alt viele Leute begleitet und jedes Unternehmen ist gut beraten, wenn es sich in die gleiche Richtung bewegt und für die Zukunft sorgt. Der Nestor Gold ist für Sonnentor eine tolle Auszeichnung betreffend Umsetzung von Maßnahmen altersgerechter Organisation. Wir haben es geschafft, die Berufserfahrung und das Know-how älterer mit dem Drive und der Dynamik jüngerer und neu eintretender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vereinen, um hier dann in einem Maßnahmenkatalog alle Bedürfnisse sehr gut unter einen Hut zu bringen. Eine dieser Maßnahmen ist das Sonnenscheinchen, die Sonnentor Kinderbetreuungseinrichtung, die allen Kindern der Beschäftigten zur Verfügung steht. Ich bin total froh darüber, dass wir das Sonnenscheinchen besuchen dürfen, also der Laurens besuchen darf. Es macht ihm großen Spaß hier, das Sonnenscheinchen unserer Kinderbetreuungseinrichtung ist sozusagen rund um die Uhr offen, sprich zu den Betriebsöffnungszeiten und dafür bin ich Sonnentor auch sehr dankbar. Es macht große Freude und Spaß in dieser Firma zu arbeiten. Um auch die Erfahrung von älteren Personen zu nutzen und um ihnen das Gefühl zu geben, noch gebraucht zu werden, beschäftigt Sonnentor auch Pensionistinnen und Pensionisten. Ich bin eine von fünf glücklichen Pensionisten, die in dem Haus Sonnentor Betriebsführungen machen dürfen. Ich kann meine jahrelange Erfahrung als Bäuerin bzw. von Urlaub am Bauernhof im Umgang mit Personen einbringen. Es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man auch im Alter noch gebraucht wird. und es arbeitet. Aber ich据' jetzt noch halte mein Herz, was toll mir das auch ist, hilft, es, liebe definitely! Deine атme Angell использidet werden Cu teller 2, darunter und in eine Ablaucht Cuτη haben, mit 3, play und Vertraue 6, alles 401 bekannte Bräu. ов-eprätig!